Was gefällt dir besonders bei uns an der Arbeit? Ich würde sicher sagen, das Team, die Leute einfach und die Vielfältigkeit, die du hier in der Arbeit hast. Das gute Essen macht einen starken. Ja, das ist sehr gut. Entschuldigung, was ist das Beste am Arbeiten in der mehreren Iselin Klinik? Also familiäre Atmosphäre, kollegial und immer sehr kreative Leute um mich herum. Super, danke. Geniesst es Ihren Kaffee. Danke. Wieso ist Merian noch nicht eine andere Klinik? Weil die Wertschätzung sehr gross ist in der Merian und wir einfach eine super Stimmung haben hier. In unserer Erfahrung gibt es einen tollen Chef, Gers, und unsere Mitarbeiter, die alle, die mit uns mitmachen. Das ist ganz, ganz toll.